What the fuck just happened? Wenn du mich erwischt hättest... Das hätte mich aus dem Super-Gebiet geschlagen. Jetzt krieg ich auch Münzen. Ja. Ich hätte noch genug Wünsche. Money, 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 money. Oh, schade. Money, 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 money. Dein Spiel. Einer gegen drei. Oh, Fabi. Fabi gegen uns drei. Oh, wir haben noch eins nicht. Oh, nein! Das ist das mit Abstand beschissenste Game für die drei. Der zieht es durch wie ne Kettensägel. Steuerung erstmal. Also erstmal die Regeln. Kannst du nicht am Anfang langsam sein? Ein Springseil für 15 Sekunden und wir dürfen halt nicht von dem Springseil erwischt werden. Steuerung für mich? Der schwingt es durch. Steuerung für euch? Der schwingt es durch wie die SM-Pie-Chitty oder was. Das Game ist so scheiße. Blum, warum kannst du nicht nett sein? Alter! Das Spiel ist ein Haufen gequirlter Scheiße. Ich will das gewinnen. Das Ziel bringt es auf ehemisch. Ist das so great? Keine Ahnung, glaub nicht. Noch ist der Salzgehalt nicht hoch genug. Jetzt noch zauber. Auch ist der pH-Wert niedrig. Man kann es auch wie ein schlechter wegzukriegen. Der Passion-Hate ist noch ziemlich niedrig. Passion-Hate. 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 Verstehst du das nicht? Was das sagen soll? Nein, das geht. Das ist total. Danke. Was geht mit der Fernbedienung? Was geht mit dem Sensor? Nein, du stehst einfach beschissen. Was ist hinter uns? Was geht mit dem Sensor? Ich pisse mich an, hallo. Ist der Fernbedienung am Arsch? Jetzt. Ist doch im Kreis laufen. Ja. Ihr habt ja dein Manni aber schon weggenommen. Jetzt würfelt er ein 2. Ich würd so lachen. Immerhin hört sich damit fast. Dann würfelt er eine 3. Doch, das ist ein Manni. Pfff. Wenn wir gerade von... Ein Arsch! Was für ein Zauberhaft dazu fallen. Als Bonus bekommst du 10 Münzen von mir. Zählt es jetzt zum Awesome-Cone, weil ich das predicted hab? Ja. Ja. Schreib's doch auf. Eine. Ja. Ich hör's dir am Diko an. Kauter hoch! Ja. Dekai, er ist mit von der Patte! Dank seiner Kiel für den Fallgruben in diesem Haus kein Thema. Und wenn du Dekai in einem dieser Räume begegnest, schenkt er dir einen Stern. Wow! Wow! Also ein Rohr auf Dekai, aber alle die Gapärber sind jetzt nun zu Bitch Bowser-Feldern geworden. Zu Gaper, also. So lang, Gapauzea! Stimmt, Bowser, wie hab ich gesprochen? Ja. Wen hab ich denn grad vorhin gesprochen? König Buu. König Buuuu. Ich glaub, Theorie soll das ja eigentlich dasselbe sein. Irgendwie das König Buuuu. Ich bin scheiße. Oh komm, treff mich! Das bringt... Nein, du mich triffst, das ist das Ding ist. Ich will, ich will Fabi. Ja. Ich hab dir trotzdem noch genug Geld. Mach du Laufen! Just do it! Scheiße! Bei dem Dämon. Bei dem Dämon. Wir nehmen's am wenigsten dringend. Was habt ihr getan, du Schlampe? Ich wollte nicht, ich wollte diese Bitch da rechts. Lachs. Kann ich mal kurz aufhören? Ne, es gibt keine Pause. Es gibt keine Pause während der Aufnahme, sorry. Hm, wo bin ich gelandet? Oh, Puffes! Oh, Puffes! Was, was, was für... Hey, hey, hey! Was für mich? Ein bisschen mehr enthusiastisch! Was in meinem Fünf mit... Zeh Winsen, Bitch! Gib sie mir! Ich hab hier einen Stirn, Schlampe! Möchtest du König Buu sterren? Mäaaaaaaah Berniel! Paul, da wird's nicht gepackt. Hier ist dein Stern. Stern Nummer 1! Go, Fragnisse. Gesundheit! Ach, da bist du ja, du dummer Thor. Ein Stern ist dein, doch nun bin ich wach, sieh ich fort. Naja, das ist gereinert. What the fuck? Shit happens? Weee! Das war jetzt ein... What the fuck? What the fuck? Alle in dem Haus sind tot. König Boho hat seinen Umbau sauber walten lassen. Seinen hofender Weg zum Stern wurden verändert. Alle in dem Haus sind tot. Nein, ich bin aus der Zone draußen. Ja. Was zum... Ficken doff. Irgendwie ja. Das reicht noch nicht für den Raids. Jeder die Gehren. Ja. Da haben wir was dann alles. Oh ja. Nein! Astrosa. Diese Wortwitze. Sag einfach. Regeln, ganz vorne ankommen. Schleunig und premsen. Oh nein, zu lenken! Oh Gott. Und ich bin im Steuerkreuz. Weil wir uns über... 50 Sekunden ist die beste Zahl. Ja. Ja. Stürb, ihr Bitches! Wo bin ich? Du bist links unten. Wer merkt das? Stürb, blau! Nein! Oh Scheiße! Ich bin nicht lieb. Oh, klar! Gudrun! Uaaaaaaaaaaaaaaaa... Was ist das für eine beschisseste Steuerhut! Äh... Äh... Eine Beschissene. Komm schon, lass! Ich bin nicht lieb! Drift er hat, Yoshi! You can't do it! Wer ist denn zum Ball, Yoshi? Ich bin der Kran! Wer ist denn zum Formel 1 Pilot, Yoshi? Du kannst das! Eeeh! 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 Was ein Tokio-Tling! Mann, pick dich! Fuuuuuck! Ich hab mich direkt dahinter geändert! Wie kann das Blubber überhaupt bedienen? Mit seinem Pentakel. Ich habe gesehen wie das geht! Ich habe gesehen wie das funktioniert. Was ist das denn? Tür. Wieso? Es ist niemand im Haus. Nee, ich meine, Fabrice. Tür. Get the fuck out! Immer noch mein Zimmer. So blöden. Ja. Ja. Gehst du hin? Lübchen produzieren! Ey, Würfel zu mir ziehen. Ja. Oh, ich hab das mit der Fondung wieder. Die Jungen sind scheiße. Ich kann halt nicht wirklich spielen. Was sind das denn? Wir sind einfach mit Scheißdingern! Ja. Aber die zweite ist nicht sehr viel schlimmer. Nein, ich kann nicht. Und denn? Ja. Er könnte auch jetzt springen. Nein, der eins mit nur Null. Er ist ein dreifach. Oh, hell to the yeah! Ja. Ja, aber heute werde ich nicht ranken. Und noch ein Spring-Bung-Bung. Und dann ist der Adventspiel mit. Manni, 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 Manni. Jetzt kommt's nur drauf an, dass jetzt zum Stress mit uns macht. Kampf Minispiel! Zeit für ein Kampf Minispiel! Wer drückt? Mach die Leute! Ich sammle von allen Spielern Münzen ein! Wer gewinnt, erhält den Löwenanteil! Los, mach! Gebt mir die Münzen, Leute! Wie viel? 50 Das ist ein All-in! Ich bekomme jetzt 5 Münzen von euch, weil ihr nicht mehr habt! Ähm... Noch 15 Münzen? Wir haben die Leute geiler unter uns! Ihr armen Schlucker! Welches Mensch entscheidet darüber, wer all diese Münzen erhält? Oh Gott! Nicht Zufall! Nicht Zufall! Schnipp und schnapp am besten! Kein Zufall! Multiplizieren! Multiplizieren! Hilf! Jetzt zeig doch mal, was der drauf baut! Es geht um! Oh mein Gott! 15 Münzen! Kampf Minispiel, Michi! Heißt, äh... uns wurden gerade alle 5 Münzen genommen und jetzt spielen wir darum, wer diese 15 Münzen jetzt bekommt! Ja, gerade 5 Karten, wie der herabfallende Karten! Manche Karten haben bestimmte Werte, manche wieder multiplikatoren! Gibt sie erst Karten? Kompf... Stellung! John noch? Äh... Aurega... Kompf... 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 Und man kann noch�mal! Man kann noch mal ein wenig... Na, was habe ich gedacht... Nicht so... Oh ich bin durch! Ähm... Ah, ich bin durch! Jetzt sehen wir mal, wer hier am besten multiplizieren konnte. Multiplizieren? Ah, dieser Pfeil. Ich hab' nicht ernsthaft nur mal null Karte. Ganz somit noch mal zwei. Fucking blooper. Fabi, was für ein Kaffee zur Zeit hier am Menschen zu verteilen? Ah, Michi kriegt noch drei. Dude! Hör auf, so scheiße! Du hast'n Stern, hast'n festgestellt! Ich hab' nur noch acht Münzen? Ich hab' nur noch acht Münzen? Entschuldigung, ich hab' null Münzen! Fünf eingesammelt, zwei bekommen. Der Salzgehalt ist hoch! Der pH-Wert steu! Pesschen! Yoshi! Yeah! Weißt du, dafür... Scheiße, Münze! Ich hab' nicht geschissen. Ooooooh! Ich hab' null, alles klar. Dann krieg's halt nicht. Komm, ich treff' jetzt... ...eins... ...oder den Zweitplatzierten, ja? So kommen wir gerade in der Fahrt! Ja, ja, Handgelenksstoffe! Handgelenksstoffe! Das tut weh. Kannst du mich nicht direkt zappen? Nein, man musst es doch eh püfen ab. Ich muss erst mal Donnerblitz einsetzen. und fünfmal verfehlen wow ich hab drei Münzen nur bei Ranzug was bringt dir bei drei Münzen? ne wir ziehen es einfach wieder durch den Trennern in den Pass oder? ja wir sind schon bei 31 Minuten ah das wird noch, das ist eigentlich noch eins ja aber du bist weiter flap flap in jedem Scheißspiel ich bin sauer naja komm wir sind ja mal stolz du könntest auch zurückspringen um fertig bleiben ne 3 1er ansonsten bin ich in jeder Mario Party einfach so unglücklich und brage wie sonst was komm ich wollte 6 6 6 WTF 6 und 20 geh ich hier durch oder hoch hier ähn ich dann wieder unten naja komm naja komm naja komm naja komm wie ist das so gut denn? Duell 3-fach oder Klapplapp? was macht Klapplapp? ich muss den anderen spieler Münzen ab wieviel hängt wer Feuerwerk ab? ach viel Münze durch aber nee warte das kostet wieviel hängt wir sind berhinter ich hab gesagt hier